Das hier ist Büro. Er ist männlich und zwölf Jahre alt. Abonnier schon A-Kreil. Ach, Mano. Ach, Mano, 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 Mano. Hi! Willkommen zu einer neuen Runde. Mike wird Spasswurst auf dem Zytoksin-Server. Ach, Mano. Sie hat gerne begrüßt. Es sei denn, ich sagte, dass er auch wirklich so... Ach, Mano, Mano, Mano. Unsere... Alles ist kacke. Ist das dein Ernst? Ich hab alles schön weggemacht und dann kommst du an und sagst mir, hey, ich bin das aber auch gewohnt. Ich mag meine Logik heute. Diese Sätze, die ich sage, sind so sinnvoll. Guten Tag, Bowspam. 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 Oh, Bogen, Bowspam. Vergewaltigung des Bogens. Da, 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 da. Da, da, da. Also, wenn du die Mitte unbedingt haben möchtest, die ist jetzt frei für dich. Weil ich nett bin. Und dann kam ich plötzlich aus der Ecke raus und hab dich umgelegt. Ha, 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 ha. Nein, nein, nein. Ach, schade. Ach, schade. Ernsthaft jetzt. Ich möchte nicht mehr spielen. Jahreslanges Equippen. Jahreslanges Equippen einfach nur. Und dann einfach so kommt der Spaß dann. Hi. Tot. Göttlich, isn't it so? Ach, Mann, oh, wieso kämpfen? Hm? Wieso denn? Knockback-Stick, bitch! Ich hasse mein Leben. Ich möchte nicht. Ich möchte einfach nicht mehr leben. Ich möchte einfach nicht mehr leben. Wieso erfinden die einen fucking Knockback-Stick, wenn das so unnötig ist? Einfach nur. Ach, Mann, und ich kann ewig spawnen, während du schon in mir drin bist. ALTU! Was soll der Scheiß? Und ich höre mich behindert lachen. Nice. Oh, Baby, jetzt rüber. Ich komme jetzt sofort. Aber ich glaube, du bist eh gleich bei mir. Deswegen finde ich das auch scheiße gemacht von dir. Ich komme jetzt rüber zu dir, mein Freund. Ich denke schon schnell, ich kann sagen, dann bin ich noch schneller. Du Horizon. Du Horizon. Amina Call. Erst auf jetzt. Erst auf jetzt. Ist das eigentlich mein Ernst? Amina! Ich lege dich um. Ich lege dich um. Haha. Amina! 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 Hi, und willkommen zu einer zweiten Folge Minekuft Badwars auf dem Revenside-Server. Die mit dabei ist diesmal der Sporky und der Honakai. Göttlich. LP natürlich, weil alles andere ist lame. Und das wisst ihr auch. Cool, dass wir jetzt wieder auf der gleichen Map spielen. Ja, ja, ich hab mir gedacht, die Zuschauer brauchen keine Abwechslung. Das sind die zugewöhnt von all den anderen Musikern. Wir machen jetzt für immer und ewig dasselbe Kanalkonzept. Oh, mein, hier Strüffel. Skillhaft. MLG-haft. Hör mal, die Runde darf nicht zu schnell gehen. Die Zuschauer brauchen Unterhaltung. K-k-k-k. Hör? Ah! Ah! Alter! Es leckt. Ey, ich, ich, ich möchte ja nicht mehr spielen. Wie unfair! Weil es nur so übel ist. Ja, natürlich bin ich tot. Du hast es nicht bemerkt. Du hast mich umgebracht. Falls du es nicht bemerkt hast, du Noob. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Wie ist das denn so scheiße gemacht? Wie ist das denn so fucking... Ja, weil, ich hab so abgebaut. Komm, das ist aber... Nee, du darfst diesen Block leider nicht abbauen. Der muss nochmal wieder respawnen. Ach, Mann. Boah, leck mich! Hallo. Oh, du kannst kein PvP, was? Oh, hallo. Na? Ach, du hast mir den Bogen gegönnt. Natürlich. Komm. Okay, ähm. Ich finde die... Ich kann nicht aus dem, äh, Ding und Trost. Schrecklich hoch. So. Lass noch mal eine bessere Runde aufnehmen. Die fand ich jetzt scheiße. Beginnt jetzt heran. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mir kommt Spätwurst auf den Next-Servan. Ähm. Michael, man, nee, nee. Wir brauchen zu spawnen erstmal wieder den Factor auf Doomness. Ja, ja, das ist Fluffalper. Ihr kennt das ja auch. Leon ist gereckt. Hallo! Hör auf, du leid! Du hast mir nicht geantwortet in deinem Video. Äh? Achso. Ich hab dich aber erwähnt, aber das konnte man nicht hören. Und deshalb dachte ich, du hättest, äh, nee, dann dachte ich nicht. Ja, 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 du hast mir die Videos schon gesehen und geliked. Ich weiß, wie du... Ich hab dein Video nicht geliked. Doch hast du... Ich hab mir das Video auch nicht geliked. Du fool. How can you... The cake is a lie. Okay. Ja, ey, du musst aber in unsere Videos liken. Das geht doch gar nicht. Da muss man blind sein. Ich bin für Lots of Fluffy Pile. Das stimmt. Ähm, mehr Fluffy Pile ist gut für die Seele. Und ich hab wieder... Leck! Ah, ein echtes Bonoluki. Wie Kawaii. Ah, so Kawaii of Doomness. Bitte achte auf deine Wortwahl. Ich wollte easy schreiben. Also echt. Graf Rex wär's Graf Rex. Das stimmt, der auch. Nein, aus dem Lenk, bitte. Nein, ein Telefon. Nicht in der Aufnahme. Juckt mich nicht. Hör aus, es spornen und spornen. Hör doch auf! Leck doch nicht mehr. Es ist unfair. Nein, das ist fair. Das ist lächerlich. Das ist nicht. Okay. Okay. Perfekt. Sie hinterlas gerade irgendwas auf der Sprachnachricht. Hier ist der 16. deutsche Fernland mit der Minecraft-Show. Hm, hm. 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 Hm. Äh, ich bin jetzt noch ein Teil im Land. Hier ist, äh, der Haus. Ha! Ha! Hier ist wieder Horst, bitte, bitte. Dieses Mal, oder ja, gerade heute, hier ist sehr regnerisch und wir hoffen, dass es zu keiner Flut kommt. Ach, das ist für blaue Brot und grüne Türkei. Riech, 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 riech. Zudem blieb, riech, 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 riech. Zum nächsten Mal. So, bist du? Kalt. Und ich bin auch dabei. Wer hätte das gedacht? Ich bin auch dabei. Ist das nicht gut? Okay, 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 ich weiß, dass ihr seid aufgeregt. Aber ich bin nicht der Bergmann und begrüße euch zu einer weiteren Folge. Minderkuft OneWiWon gegen Spockley. Und wir gehen jetzt auf seine Plätze und durchnehmen den Shop hier. Und dann werden wir rasieren. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es mir gefallen. Und dann kann ich mir selbst die Frage stellen, was ist mir falsch gelaufen? Ende.